Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und heute gibt es einen Auszug aus meinem neuen Lightroom Videotraining. Lightroom Lernen für Fortgeschrittene. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, Moment, so einen Kurs gibt es doch schon auf deinem Store. Richtig, den habe ich jetzt aber runtergenommen, weil er einfach schon zu alt war. Ich habe beide Lightroom Kurse komplett aktualisiert, beide mit der aktuellsten Version aufgenommen und jetzt sind da auch viele neue Sachen mit dabei, die in dem alten Kurs noch gar nicht mit drin waren. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Da sind natürlich auch viele praktische Tipps mit dabei, aber auch viele Sachen, die dir deinen Workflow an sich sehr vereinfachen. Und das Schöne ist, ab heute gibt es auch noch eine Weihnachtsaktion. Das bedeutet, es gibt 20% Rabatt auf alles in meinem Online-Store. Das heißt, wenn du Interesse an dem neuen Videotraining hast, dann schau einfach mal auf stefanschäfer.de vorbei und mit dem Code, den ich dir hier einblende, kannst du nochmal 20% sparen. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Jetzt gibt es einen Auszug aus diesem Kurs, ein praktisches Video, denn wir erstellen ein paar Lightroom-Looks. Viel Spaß! Lass uns doch mal mit etwas Moody-Haften anfangen. Ich habe hier mal die Burg Els fotografiert. Es ist schon wieder zwei, drei Jahre her ungefähr. Ich glaube, zwei Jahre ist es her. Und da anhand dieses Beispiels können wir ja mal so eine Art Moody-Look erstellen, alles ein bisschen dunkler machen, alles ein bisschen mystischer machen und einfach mal gucken, wohin uns das führt. Logischerweise, dadurch, dass ich meine Import-Option hier schon drin hatte, Profilkorrekturen und chromatische Aberrationen hier wurden schon angewählt, die Checkboxen. Genauso hier habe ich auch schon das Bild quasi automatisch schärfen lassen. Das ist aber auch nicht weiter wichtig. Wichtig ist vielmehr, dass wir jetzt mal anfangen, erstmal so grundsätzlich so einen Look zu erstellen. Und da möchte ich auch gleich mal auf den ersten Fehler eingehen, den viele machen, und zwar, dass man hier die Farbtemperatur mit einstellt. Die ist nämlich von jedem Bild immer ein bisschen unterschiedlich und von daher ist es da relativ schwierig zu sagen, das sollte mit in so ein Preset rein. Das würde ich dir also nicht empfehlen. Genauso mit der Belichtung ist auch immer so eine Sache, weil natürlich Bilder unterschiedlich belichtet sein können. Sowas, also die Farbtemperatur und die Belichtung würde ich immer erst dann nochmal manuell einstellen. Wir können das jetzt hier mit bearbeiten in diesem Bild, aber wenn wir dann das Preset abspeichern, dann sollten wir darauf achten, dass diese beiden Checkboxen nicht mit dabei sind. Nur so viel für den Anfang. Wir können aber gleich mal die Belichtung ein bisschen runtersetzen. Das speichern wir dann am Ende einfach, wie gesagt, nicht in das Preset mit ab, weil es kann ja auch Bilder dann geben, die sind dunkler belichtet und dann würde das komplett dunkel aussehen, das Bild, und das würde ja dann nicht wirklich Sinn machen. Okay, werden wir also hier noch die Lichter noch ein bisschen runterdrehen. Ich würde auch die Tiefen hier noch ein kleines bisschen weiter runterdrehen und auch die Weißwerte, die packen wir mal richtig weit runter, packen wir sie mal so auf minus 70 ungefähr. Ja, und die Schwarzwerte packen wir mal auf minus 15. Okay, jetzt ist das Ganze schon ein bisschen moody-hafter. Wir können dem Ganzen auch ein bisschen Klarheit mit dazugeben. Die packen wir mal so auf plus 20 ungefähr. Dunst entfernen würde ich hier an dieser Stelle mal ein bisschen ins Negative packen. Dadurch kriegt das ganze Bild ein bisschen mehr Moody-Stimmung noch und natürlich auch Kontrast. Kontrast kann hier auch gut mit rein. Den setzen wir so auf plus 20 ungefähr. Was außerdem so ein moody-Bild noch ausmacht, ist, dass es auf jeden Fall weniger Sättigung hat. Deswegen ziehe ich jetzt hier die Sättigung mal relativ stark raus, ungefähr auf minus 20 insgesamt. Und dann gehen wir als nächstes in die HSL-Tabelle rein und werden jetzt hier mal gucken, dass wir auch weiter hier noch die Sättigung in anderen Bereichen rausnehmen. Wie zum Beispiel Magenta und Lila. Da brauche ich Sättigung eigentlich so gut wie gar nicht drin. Ich möchte diesen Moody-Look jetzt hier mal so ein bisschen auf die grünen und gelben und Orangetöne so ein bisschen beschränken. Das heißt, alles andere nehmen wir hier mal so ein bisschen raus. Also auch die Blau- und Aquamarintöne, die können hier noch so ein bisschen rausgenommen werden. Dafür das Grün, das packen wir ein ganz kleines bisschen runter, aber nicht viel. So, dann gehen wir als nächstes runter in die Luminanz. Und hier können wir jetzt auch nochmal das Ganze ein bisschen verändern. Wir können also die Grüntöne und die Gelbtöne hier mal noch ein bisschen dunkler machen. Auch die Orangetöne können hier noch ein bisschen dunkler. Die Rottöne, das sieht soweit schon ganz gut aus. Und auch die Blautöne, die möchte ich hier noch relativ weit runternehmen. Wir haben hier oben gerade relativ viele Blautöne drin. Das kann alles noch ein bisschen dunkler. Nicht ganz so viel, aber so ein bisschen. Okay. In dem Farbton, da möchte ich mal das Grün hier noch so ein bisschen bearbeiten. Ich möchte das Gelb auch noch so ein bisschen weiter Richtung Grün schieben. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das Orange noch ein kleines bisschen weiter Richtung Rot. Und damit haben wir hier schon einen ganz guten Effekt, wie ich finde. Dann als nächstes gehen wir in die Gradationskurve rein. Und für so einen Moody-Look bin ich auch immer ein großer Freund davon, die Schwarztöne so ein bisschen abzudunkeln. Und dann gleichzeitig aber sehr viel Kontrast hier unten in die dunklen Bildbereiche reinzupacken. Die hellen Bildbereiche können ruhig noch ein bisschen heller. Deswegen ziehe ich die Kurve hier wieder so ein bisschen weiter nach oben. Die Weißtöne können dafür wieder ein bisschen tiefer. Und jetzt haben wir hier noch so Mitteltöne. Da kann ich mir jetzt auch nochmal aussuchen. Soll die ein bisschen heller, ein bisschen dunkler sein. Ich packe sie hier so ein kleines bisschen weiter ins Dunkle. Hier die Schatten, die können ruhig noch ein bisschen weiter runter. Perfekt. So, wir gucken mal ganz kurz den Vorher-Nachher-Effekt. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Na, da ist schon ein bisschen was passiert. Ich gehe mal noch in die Kamerakalibrierung hier rein. Und hier kann ich gerade so mit den Grüntönen auch nochmal ein bisschen gucken. Die würde ich jetzt eher so ein bisschen noch weiter nach rechts schieben. Die Rotwerte, gucken wir uns die mal an. Ja, die finde ich sehen eigentlich besser aus, wenn wir so ein bisschen weiter nach links schieben. Wir können insgesamt die Schatten hier auch noch ein bisschen weiter Richtung Grün oder Richtung Magenta tönen. Auch die möchte ich eher so ein bisschen weiter Richtung Grün hier noch schieben. Und dann gucken wir uns noch die Blauwerte an. Ja, die möchte ich jetzt eigentlich nicht so sehr verändern. Das gefällt mir so schon mal richtig gut. Jetzt können wir noch ins Color Grading als letztes reingehen. Und auf jeden Fall die Lichter, die möchte ich so ein bisschen Richtung Orange-Werte hier schieben. Orange-Gelb-Töne, sage ich mal. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Scrollen wir hier mal ein bisschen weiter runter. Und die Schatten, die sollen auf jeden Fall so etwas zwischen Grün und Blau bekommen hier. Also eher Richtung Grün. So, jetzt kann ich hier die Grüntöne auch noch ein bisschen dunkler machen. Das ist auch viel zu viel jetzt hier schon. Da müssen wir also auf jeden Fall hier nochmal in die Schatten an sich reingehen. Und hier die Sättigung nochmal ein bisschen runterstellen, weil es einfach zu doll ist. Und die Luminanz auch nicht zu doll runterstellen. Minus 20 reicht vollkommen aus. So, jetzt gucken wir nochmal, was das Color Grading gemacht hat. Ja, das finde ich auch nochmal richtig gut, richtig stark, was hier nochmal rumgekommen ist. Die Mitteltöne können wir noch einstellen. Packen wir die mal auch in so ein, da müssen wir mal gucken hier, vielleicht so ein bisschen gelblicher. So ein Zwischending zwischen Gelb und Grün. Sättigung kann ein bisschen weiter runter. So, und jetzt finde ich, dass die Grüntöne hier an sich schon wieder ein bisschen sehr gesättigt sind. Deswegen gehe ich nochmal in die HSL-Tabelle rein. Und jetzt hier die Grüntöne nochmal so ein bisschen von der Sättigung runtersetzen. Und auch die Gelbtöne. Perfekt. Das gefällt mir schon richtig gut von dem Look her. Und das ist jetzt so ein Look, den könnte man so komplett einsetzen, sage ich mal, um damit ein Preset zu erstellen. Ganz wichtig, wie gesagt, die Grundeinstellung hier, also die Belichtung, die darf man jetzt nicht mit reinnehmen. Das Bild wird natürlich hierdurch dunkler. Aber ich finde, wenn man diese Belichtung halt rauslässt, wenn man jetzt den direkten Vergleich macht, dann haben wir wirklich nur was an der Farbe geändert. Oder viel nur an der Farbe geändert, sagen wir es mal so. Und dann wird das auch auf alle Bilder passen. Hier in dem Fall kann ich das Ganze jetzt hier noch ein bisschen weiter runter setzen und die Belichtung dadurch noch ein bisschen verändern. Genauso könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte die Burg auf jeden Fall noch ein bisschen wieder hervorheben. Da könnte ich jetzt einen Radialfilter nehmen, wo ich jetzt ein bisschen Licht auf die Burg packe, damit die noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt hier rückt. Aber das sind auch so Sachen, die würde ich jetzt nicht in das allgemeine Preset abspeichern, sondern das sind wirklich jetzt Sachen, die wirklich nur für dieses Bild dann von relevant sind. So, die Burg kann auch noch ein bisschen wärmer werden. Perfekt. Und genauso für dieses Bild, und zwar auch nur für dieses Bild, werde ich jetzt in den Effekten auch natürlich noch ein bisschen hier die Vignette einstellen. Perfekt. So. Ich finde jetzt hat das Bild schon was richtig Schönes. Und wenn ich das jetzt als neuen Look abspeichern möchte, dann kann ich hier oben in die Vorgaben reingehen und zum Beispiel sagen, Vorgabe erstellen. Jetzt muss ich dem Ganzen hier einen Namen geben. Nennen wir es doch einfach mal Moody Dark Green. So. Das kann jetzt in die Gruppe Benutzervorgaben zum Beispiel mit rein. Und jetzt muss ich mir hier aussuchen, was alles mit abgespeichert werden soll. Ich wähle erst mal alles aus und jetzt gehen wir so nach und nach durch und gucken mal, was wir dafür überhaupt brauchen. Also Behandlung und Profil will ich nicht mit reinnehmen. Weißabgleich will ich nicht mit reinnehmen und Belichtung will ich auf keinen Fall mit reinnehmen. Vignette möchte ich nicht mit reinnehmen, also die Effekte hier können komplett raus. Da habe ich nichts dran gemacht. Objektivkorrekturen bleiben drin. Transformieren habe ich gar nicht angewandt. Kalibrierung hatte ich mit drin. Rauschreduzierung hatte ich nicht mit drin. Den Radialfilter will ich draußen haben. Den will ich auch nicht mit reinnehmen. Schärfen kann mit rein. Dunst entfernen kann mit rein. Gradationskurve. Das ist alles in Ordnung. Und jetzt habe ich quasi alles, was ich hier an dem Bild gemacht habe, abgespeichert. Außer dem Weißabgleich, außer der Belichtung und außer der Vignette und auch dem Radialfilter, den ich hier noch extra mit eingebaut habe. So. Dann speichere ich das Ganze einmal ab. Und wir haben das Ganze jetzt hier unten, wenn ich mal ein bisschen weiter runtergehe, hier der Moody Dark Green Look. Das ist er. Und den haben wir damit jetzt erstellt. Ich finde, das Foto sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Vorher, nachher. Ich liebe ja so eine Vorher-Nachher-Effekte, muss ich sagen. Man kann sogar hier noch hergehen und hier oben nochmal so einen kleinen Verlauf reinziehen, weil ich finde, da oben ist es irgendwie sehr, sehr hell. Deswegen würde ich das jetzt hier nochmal abdunkeln. Und auch die Lichter da nochmal ein bisschen runtersetzen. So. Machen wir das ein bisschen weiter hier nach oben wieder. Perfekt. Jetzt finde ich, ist es perfekt. Sehr schön. Okay, das war mal ein Look. Schauen wir uns mal noch ein zweites Bild an. Wir können mal jetzt hier zum Beispiel dieses Bild nehmen. Schöner Sonnenuntergang. Und auch hier können wir einen coolen Look drüber setzen. Wir fangen mal wieder an den Grundeinstellungen an. Ich würde als erstes hier die Tiefen ein ganz kleines bisschen aufhellen. Lichter. Wobei ich sagen muss, die Lichter hier an dieser Stelle, das ist so ein schöner Gegenlichtshot. Den können wir eigentlich so lassen. Da würde ich sogar die Lichter noch ein bisschen aufhellen. Ein bisschen Kontrast können wir hier mit dazu geben. Das gefällt mir auch ganz gut. Dunst entfernen kann hier auch wieder ein bisschen ins Negative gezogen werden. Ein kleines bisschen Klarheit kann mit dazu. Ja, und die Schwarzwerte können wir hier für den Kontrast noch ein bisschen abdunkeln. Perfekt. Okay, dann gucken wir als nächstes weiter in der HSL-Tabelle hier. Hier möchte ich auf jeden Fall noch so ein bisschen die Warmfarbtöne hier betonen. Deswegen kriegt Orange und Gelb, das kriegt noch so ein bisschen Sättigung. Auch Rot kann noch ein bisschen Sättigung bekommen. Und sowas wie Blau und Aquamarine und Grün möchte ich so ein bisschen von der Sättigung rausnehmen. Dann machen wir hier auch in der Luminanz, also in der Helligkeit, machen wir die Farben noch ein bisschen dunkler. Dadurch kriegen die auch noch mal ein bisschen mehr Sättigung. Wäre noch mal ein bisschen kräftiger. Ich möchte das Gelb noch so ein bisschen weiter Richtung Orange schieben. Das Rot schiebe ich auch so ein bisschen weiter Richtung Orange. Magenta kann man auch ein bisschen weiter Richtung Rot schieben. Das gefällt mir auch soweit ganz gut. Und auch hier können wir wieder in die Gradationskurve reingeben. Und so ein kleines bisschen noch ein Kontrast aufbauen. Das gefällt mir gut. Und hier möchte ich vor allem nicht nur im RGB-Kanal bleiben, sondern hier möchte ich auch noch mal in die einzelnen Farbkanäle der Gradationskurve reingehen. Und vor allem hier im Schattenbereich mal noch so ein bisschen Rot mit reingehen. Guck mal, was das für einen Unterschied macht. Vorher und nachher. Was das jetzt schon für einen Unterschied gemacht hat, das finde ich absolut genial. Genauso kann ich in den Blaukanal hier noch mal reingehen. Und da auch die hellen Bildbereiche noch ein bisschen mit Gelb versehen. Das sieht auch richtig stark aus. Das sieht richtig stark aus. Und jetzt guck mal alleine, was diese Gradationskurve hier noch mal mit dem Bild gemacht hat. Also das muss ich echt sagen. Die Gradationskurve ist sehr, sehr stark. Was das angeht, sehr, sehr mächtig. Ich kann mal gucken, wie es aussieht, wenn ich in den Schatten noch so ein bisschen Blau mit dazugebe. So einen kleinen Crossover-Look geben hier. Das passt eigentlich auch ganz gut. Dieses kleine bisschen Blau hier noch mit reingeben in die dunklen Bildbereiche. Macht auf jeden Fall auch noch mal eine ganze Menge aus. So, und jetzt können wir natürlich im Color-Grading gerade in den Mitteltönen hier das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Ich könnte jetzt hier in den Mitteltönen mal noch sowas zwischen Rot und Magenta noch mit reinbauen, zum Beispiel. Und da aber die Luminanz dann wieder ein bisschen runtersetzen. Kleines bisschen. So. Das gefällt mir richtig gut. Schauen wir mal, wo wir hergekommen sind. So sah es vorher aus. So sieht es danach aus. Ja, ein richtig cooler Sonnenuntergangs-Look, wie ich finde, den man auch wieder so theoretisch direkt abspeichern könnte. Wie gerade eben auch. So kannst du dir also deine eigenen Looks entwickeln. Und das Schöne ist jetzt, du weißt, was du abspeichern solltest und was nicht. Also wie gesagt, Helligkeit, Weißabgleich, das sind so Regler, die würde ich nicht mit abspeichern. Und auch eine Vignette würde ich nicht unbedingt mit abspeichern. Alles andere kannst du aber eigentlich machen. Und dann kannst du es auf die einzelnen Bilder anwenden. Wichtig ist halt immer, so ein Sonnenuntergangs-Look, den würde ich jetzt nicht auf so ein Moody-Bild hier drauflegen, wie hier zum Beispiel. Das würde halt einfach nicht passen. Und andersherum genauso wenig. Aber für die einzelnen Bildtypen, für die einzelnen Lichtsituationen kannst du dir halt eigene Looks erstellen, die du dann auch immer wieder anwenden kannst in solchen Situationen. Und dann hast du einen konsistenten Bildlook. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ihm so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, poste sie einfach unten in die Kommentare rein. Wenn dir das Video an sich gefallen hat, dann kannst du natürlich auch gerne auf meinem Online-Store vorbeischauen. Denn das war ein Ausschnitt aus dem gesamten Videotraining, was über dreieinhalb Stunden geht. Lightroom Lernen für Fortgeschrittene. Das gibt es ab heute, ist ab heute live. Und wenn du den Code XMES2020 eingibst, dann gibt es auch noch 20% obendrauf als Rabatt. Und ansonsten gibt es auch noch, und zwar wenn du noch bis Montagabend bestellst, also bis zum 14.12., dann kommen die auch noch rechtzeitig zu Weihnachten an. T-Shirts, Hoodies und so weiter von Landscape Hunter. Da kannst du auch mal auf dem Shop vorbeischauen, www.landscape-hunter.com. Ansonsten kannst du noch bei Instagram bei mir vorbeischauen. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Dort poste ich immer so meine neuesten Fotos. Und eine wichtige Info habe ich noch. Und zwar haben wir letzte Woche den Podcast mit Stefan Wiesner zusammen veröffentlicht. Und es gab ja auch ein Gewinnspiel. Und zwar konntet ihr ein Fotohiker44 Rucksack gewinnen. Wir werden das heute Abend auflösen, dieses Gewinnspiel. Um 18 Uhr werden wir da einen Gewinner auslösen. Das heißt, wenn du dieses Video jetzt noch rechtzeitig gucken solltest und noch nicht darunter kommentiert hast unter dem Podcast, dann ist jetzt noch deine Chance dazu. Heute Abend, also am 13.12.2020 um 18 Uhr, werden wir den Gewinner bekannt geben. Da kannst du einfach mal dann auf dem Community-Tab bei mir vorbeischauen. Dort werde ich das Ganze dann entsprechend posten. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao.